Wenn eine Ehe die Zuneigung zu anderen Menschen oder eine Affäre nicht aushält, dann ist sie nichts wert. Dann ist es keine Liebe. Ludwig und ich, wir haben ein Verhältnis. Eine Beziehung. Eine Sexbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Eine Affäre. Ich glaube, mir wird übel. Und dass ich mit dem Mann, der Geliebten meines Mannes, oder am besten zugleich noch mit der Geliebten selbst etwas anfangen soll, das, ja, da kann ich ein wenig Betäubung gut gebrauchen. Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Ich meine, wir werfen uns diesen Ecstasy-Fisch ein und diskutieren dann völlig zugedröhnt das Für und Wider des fidelen Fremdgehens? Fugu! Ich dachte, es wäre die Lösung.